hier ist wieder der tess michel von youtube und heute stelle ich euch ein paar ghostbusters minifiguren vor wo es sie zu kaufen gibt das zeige ich euch jetzt erst mal die ghostbusters minifiguren könnt ihr auf aliexpress bestellen aus china geht einfach mal in der suche geist baster ein dann bekommt ihr diese verschiedenen sets angezeigt kosten um die fünf euro lieferzeit circa zwei bis drei wochen und ihr benötigt eine kreditkarte ja 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich habe die Figur mal aufgebaut. Zu jeder Figur gibt es noch so einen kleinen Ständer hier mit dem Aufdruck. Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Also der Druck hat mir sehr gut gefallen. Es gibt noch Zubehör, ihr habt ein Walkie Talkie, hier so eine Geisterfalle. Hier haben wir den Plaster, der wird einfach auf den Rücken drauf gemacht. Der lässt sich hier noch so ein bisschen bewegen. Wir haben einfach eine Peitsche genommen, als Schlauch. Und die Figuren, die haben zwei Gesichter. Zeige ich euch mal gerade. Immer so ein bisschen eins, was so aufgeregt ist. Und wenn ihr das jetzt mal hier so umdreht, so ein bisschen fröhliches Gesicht. Ja, jetzt habe ich euch die Ghostbusters Minifiguren auch mal kurz gezeigt. Ich finde die richtig klasse. Der Druck ist wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich schon andere Figuren gehabt, die waren nicht so gut bedruckt. Und der Preis ist ziemlich klein. Also, wer Interesse an sowas hat, den Link dazu findet ihr dann im Textfeld unter dem Video. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.